Was ist der Ball? Dann denkt man natürlich, man hat ein schlechtes Schuhwerk an, aber ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat. Aber ich gebe recht, das war ein erbärmlicher Auftrag. Ich will jetzt auch nicht die Entschuldigung suchen, aber es sind doch etliche Ausfälle. Und wir wissen, dass einige nicht das Potenzial abrufen momentan, zu was sie fähig sind.